Das MDC NYU Exchange Programm ist ein strukturiertes Austauschprogramm zwischen dem MDC und der NYU, um den Austausch auch auf Level der Doktoranden zu fördern. Meine größte Herausforderung war, sich einfach ins Flugzeug zu setzen, ohne das andere Labor an der NYU jemals persönlich getroffen zu haben, sondern lediglich über Zoom kennengelernt zu haben. Aber das hat sich herausgestellt als die beste Erfahrung, weil alle wahnsinnig nett waren und sehr aufgeschlossen. Ich glaube, das Wichtigste ist, offen zu sein für neue Erfahrungen und Spaß daran zu haben an seinem Projekt, an der Wissenschaft, weil es sehr viel Eigeninitiative erfordert, eine Kollaboration über einen Ozean herzustellen. Aber das ist auch sehr cool und macht sehr viel Spaß.